Ihr müsst einfach mal ein paar Berühmtheiten fragen, was es braucht, um das zu machen, was man immer machen wollte, beziehungsweise sich zu verwirklichen und dann werden die immer sagen, ihr müsst einfach nur dran glauben, ihr müsst euren Traum leben und ihr müsst ja 24-7 dran glauben, dann wird das auch was. Das vollkommen schwachste, weißt du, was das wichtigste ist, was man braucht? Zero Fucks. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich fände es schon cool, wenn mehr Leute Mountainbiken so interpretieren würden, wie ich das tue, weil ich sehe halt Sachen, bei denen ich weiß, die sind fahrbar und das wäre für mich nicht vertretbar, das einfach links liegen zu lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, dieses Projekt im Sauerland hat mir die Augen geöffnet. Und ich bin da ein paar der zornächsten Sachen gefahren, die ich jemals unter die Stollen bekommen habe. Und ich habe jetzt selber gemerkt, in Deutschland geht es voll viel. Musik 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 Weißt du, wenn mich Leute fragen, warum machst du das? Dann muss ich eigentlich antworten. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, weil ich weiß halt so viele Sachen, die ich noch von der Liste haben will. Und wenn es gut läuft, dann fahre ich steilere Sachen und sende dickere Kicker, oder? Musik 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 Vielen Dank.